Dieses Haus kostet 8 Millionen Dollar. Es ist keine 8 Millionen wert. Und du wirst von deinem Bus überfahren, wenn der Fahrer tut, wofür er bezahlt wird. Oh. Es gibt tausend Gründe, Orvin Little nicht zu mögen. Wenn ihr meinen Wagen anhört, lasse ich euch sterilisieren. Kastrieren. Neiden Sie denen doch mal die Haare. Ist das, was Ihnen auf der Zunge liegt, das Wert, was ich Ihnen darauf antworte? Sie können jeden fragen. Beschwerde an die Verwaltung. Habt ihr getan. Haben die zufällig irgendwann erwähnt, dass mir dieses Haus gehört? Du bist ein bisschen unsensibel. Ich bin schon 65. Ich habe schon viele Häuser verkauft, die älter waren als sie. Und in einem viel schlechteren Zustand. Da bin ich aber beruhigt. Das war doch ein Kompliment. Ein bisschen unhöflich. Ich habe Mist gebaut. Ich brauche die Perspektive einer Frau. Und du bist die Beste, die ich finden konnte. Du hast es schon immer verstanden, mir zu schmeicheln. Und ein echtes. Oh nein, nein, nein. Du bist einfach unglaublich. Bingo. Diesen Herbst. Während ich weg bin, musst du meine Tochter nehmen. Was ist denn los? Das ist mein Sohn. Und wer ist das? Das ist meine Enkelin. Wahrscheinlich Guatemala-Tekin. Er hatte Sex mit einem Dienstmädchen. Vom Regisseur vom Das Beste kommt zum Schluss. Willst du es lieber selbst machen? Nur wenn du es falsch machst. Der meint, er dich mal kriegt es wirklich zu beneiden. Und Harry und Sally kommt eine Komödie. Schnapp den Karton und pack ihn auf den Karton, der da drüben steht. Bist du ein Messi? Über Freundschaft. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Ich habe noch jemanden gefunden, der mich mag. Also kannst du jetzt abdrehen. Familie. Schön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Für dein Zimmer? Lila. Das ist nicht gut. Lässt sich später schlecht vermieten. Und die Kleinigkeiten, die uns alle verbinden. Bei meinem letzten Sex ist mein Kreuzband gerissen. Ist das ein kümmerlicher Versuch, von Ihnen mit mir zu flirten? Wenn Sie es so formulieren, ja. Ma'am, Rauchen ist hier nicht gestattet. Gut. Sie sind viel zu jung, um zu rauchen. Das grenzt an Lichten. Was treiben Sie da? Ich bekomme mein Baby. Nein, das können Sie nicht. Das schuldig doch nicht mit Absicht. Siehst du, und das passiert, wenn man Sex hat. Das kann jeden zum Wein bringen, ne? Also, was kann ich für Sie tun? Jemand hat meine Frau entführt.